Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Trouble in Terrace Town. Heute wieder mit den üblichen Verdächten. Verdächten? Verdächten. Kim. Ey, ey, Kim! Kranplätze müssen verdächten sein. Was? Game Teddy und iTouch. Jo, hallo. Das ist Connect. Hallöchen. Alter, iTouch. Kranplätze müssen verdächten sein. Kranplätze müssen verdichtet sein. So geil. Boah, ich kann die lange nicht so richtig machen. Oh, hinter mir, hinter mir! Kim. Hab ich. Oh, das war richtig schlecht, ey. Ja, wirklich schlecht. Ich hab gedacht, weil Fero in dem kleinen Raum da war mit der Huge-Machin. Nein! Nein! Sie ist auch so, dass ihr weiterrutscht, wenn ihr auf der Map? Wenn ihr lauft, dass ihr rutscht. Du rutscht. Haben wir auch nicht gemerkt, ne? Oh, schau. Deine Mutter rutscht. Deine Mutter rutscht auf Schwänze hoch und runter. Was geht mit meinem Mutter? Hallo, meine Mutter, guck die Videos. Verdummts. Nein, tut sie nicht. Immer diese Lügen. Mit den Bladen spielst du nicht mehr an. Ach man, ich weiß nicht, ich hatte dich eigentlich mit der Diegel voll drinne und dachte so, jo, ich geb dir einen Headshot, Alter, aber du hast ja nicht mal Schaden genommen. Wann denn? Bei der Anbord? Ja, dein Kopf war voll drinne. War voll voll. Ich dachte, du hast neben mich geschossen, sonst war ich so. Nee, ich hab direkt in deinen Kopf, ich hab direkt in deinen Kopf, zweimal sogar. Immer diese Mütter. Du hast gar null Schaden genommen, ja? Vielleicht hat die Diegel nicht so eine lange Reichweite. Ja, ich glaub's auch. Na, kann wirklich einen Ticken zu weit gewesen sein. Teddy bei mir, Teddy, Teddy, Teddy. Ja, 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 ja. Oh ja, bleibt gestanden. Ah, ich bin eingesperrt. Äh, ist Playgestelltes Traitor oder was? Nein, das ist ein Ding da, ist Kim. Alter, ist tot? Nein. Hier sind ganz viele Granaten in dem Raum, ich werf die rum. Och Gott, nee, ich geh weg. Ja. Das ist mein Freero schon wieder mit ganz vielen Granaten. Oh, ich hab hier noch einen Waffenraum gefunden. Haha. Okay, Teddy, ach doch. Na? Ich hab da seiner gestorben. Ja, das hab ich auch gehört. Da freut sich jemand. Oh, wer, wer? Alter, wie hier alles brennt. Ja. Ich hab grad, glaub ich, mein eigenes Todesurteil unterschrieben. Warum brennt hier schon wieder alles? Ja, mit dem Bisskommolett ist Feuer geworden. Ey! Kim, lass es. Du bist beschossen. Ja, von wo? Boah, wer auf Wolle, Wolle! Das ist eine Lüge. Oh, er war sogar... Der Teddy war sogar trakt. Jawoll! Ja, gut. Zweite Chance. Also, hör auf zu reden. Wodurch bin ich ihm jetzt angegriffen worden? Das ist jetzt wies. Greise! Puh! Das war jetzt aber nur mal knapp. Das ist richtig. Ah, scheiße. Ja, was soll ich denn machen mit so einem? Mann, Freero, du mit deinen Scheißgranaten. Ja, ey, das ist die Sache. Das ist nicht das erste Mal, dass das andere auf den Wissen. Aber immerhin hat er gleich die Traitor gekillt. Ich hab gar nicht mitbekommen, dass der andere Traitor tot war. Ich hab Märtyrer drin. Das sieht so geil aus wie meine Aufnahme. Das ist so geil. Irgendwie schafft es der Freero grundsätzlich... Aus Versehen, Traitor. ...granaten, um sich zu schmeißen und dabei Traitor zu töten. Das Ding war, Teddy kommt rein durchs Feuer, sagt Aua... Ja, jetzt schläfst du wieder auf Teddy, ne? Teddy war's, der ist mir in die Granate gerannt. Ja, der Kim ist da langgelaufen und dann war da halt Disco-Komplein. Ja, der kommt rein, sagt Aua und anstatt zu mir zu gehen, dem Feuer zu entfliehen, geht er zurück ins Feuer. Ja, weil ich... Ach, das ist doch kacke gewesen. Ich war Traitor, wollte nicht die... Ach, das ist doch alles scheiße. Oh, nein, nein, nein. Jetzt bin ich's. Oh, sorry, Freero, das war nicht geplant. Ich wollte hier nur raus. Entschuldigung, ach, da kann man durch. Ja, ja, deswegen wollte ich da raus und dann plötzlich steht's... Bitte nicht, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Bitte nicht, nein. Ich hätte hier so schnell wegmachen können. Ja, ich dich auch. Ja, du mich auch. Ja, wolle, du Arschle. Ach, mal, ey. Oh Gott, hier ist eine Granate geflogen. Wolle, du Arschle, entschuldigst dich bei Freero, aber nicht bei mir. Wieso sollte ich mich bei dir entschuldigen? Weil du mich auch mit der... Du bist da voll reingerannt. Ich habe auf Freero fast geschossen. Ja, dann rutscht du auch weiter auf den Boden? Nein. Ja, ein bisschen. Au. 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 Ich hab's hier gleich richtig aus. Ich könnte Eintouch doch erschießen. Dann würde ich mich sogar bei ihm entschuldigen vielleicht. Okay, komm, dann mach doch. Okay. Mach. Piu, piu, piu. Krass war das. Ich bin sauernd. Der sauernd Universum lässt grüßen. Ah, Kim! Was? Wer ist denn das? Was hattest du da in der Hand? Kim war es. Er hatte irgendwas in der... Oh, scheiße. Oh, scheiße. Kim? Ja, ey, warte doch. Ich hab Angst. Ich hab nur die Huge, die ist scheiße. Boah. Nein, Freero, nein! Wo bist du? Ich glaub, das kann ich vergessen. OMG. Alter Lesen, Patrick. Totale Eskalation. Ich hab nicht gewusst, dass doch irgendwer noch um mich rumsteht. Er schießt mich einfach weg. Ich hab ne Fußgröne. Aber ich hab... Aber ich hatte recht, dass es Kim war. Alter, das ist totale Chaos. Ich hab mich grad gewundert, warum ich mit Poison Gun plötzlich hatte. Kim wegwacht. Ja, Mann, das war meine. Ich sag ja. Ich wollte ja ein bisschen... Ach Gott, ey. Sorry, Markus. Das war verpasst. Aber was war denn da los? Weißt du? Und dann auf einmal... Was, hä? Und währenddessen er schießt, dann Teddy ganz gemütlich ist. Aber wirklich? Wenn Shredder gewinnt, wär das ja perfekte Wuff gewesen. Ah, Kim, Kim. Oh nebenbei Teddy. Oh, alles klar. Und Teddy ist so... Hä? Was ist los hier? Ich schmeiß mich weg. Ich hab nur ne Fiskolade und er schießt. Wärme weg. Oh! Schau, wie du deine Insta-Terry gerannt hast. Das gibt's doch nicht. Was ist die los? Die war nicht von mir. Ich möchte ihn mal klarstellen. Ja. Ich glaub schon von Friero. Hier fliegt eine Patrone in der Luft. Boah, 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 boah. Eine Patrone in der Luft. Warum schießt du? Irgendwie hat er auch grad auf uns geschossen. Ja, wenn du auf das Haus schießt, dann kommt der lila Dampf raus oder so. Voll cool. Äh, ist da grad jemand gestorben? Stimmt. Ich bin noch hier. Ich bin noch quittschlimme. Schade. Hey! 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 Wo bist du denn? Hier. Hinter dir. Mach ich dich nervös. Mach ich dich nervös. Hi Kim. Was ging da? Hallo Kim. Kim. Hey Teddy, Teddy, Teddy. Teddy ist es. Alles klar. Kim verpiss ich. Ja verpissst du dich doch. Ist Markus tot? Das war übelst fail. Alter Schwede. Markus? Ist das Markus? Ja, Markus ist tot. Ja. Playgestalt geh weg. Ich geh ja schon weg. Ich hab nur gesehen, dass der Markus... Kannst du die Leiche irgendwie außerhalb der Map hinlegen? Ne, hab ich grad versucht. Ich versteck sie gut. Ich hab sie gut versteckt. Hey, da ist sie ja. Ich hab sie gefunden. Ich hab sie gefunden. Mein Name. Mein Name ist die... hä? Kim? Ja. Nicht Dero? Ich dachte, ich hätte was gehört. Ich dachte, Kim ist mit mir dann abgebrochen. Ja. Hey, ich weiß deswegen. Oh, Obacht. Obacht. Putk! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Putk. 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 Fears on the Battlegrounds. Super geiles Spiel. Ewig viel Laune. Ey, nicht im Erzfriere, oder? Ich hab dich die ganze Zeit verfolgt. Ja, ich hab's gemerkt. Warum verfolgt ihr euch? Ich habe ihn verfolgt, um zu gucken, ob er vielleicht ein Traitor-Item rausholt, oder? Stoppt oder sowas. nein genau ich bin nämlich kein traitor das sagst neben der hitler nein das bin ich nicht das ist das ist nicht richtig du machst das auch ja schon aber trotz also sagt nicht das macht nur bolle es ist falsch macht's nicht fake news fake news diese taktik versucht mit dem hoch springen und dann ich habe mich erst erst dann auch irgendwie unter eine lampe gekommen konnte die mir hoch springen voll gefällt playgestalt ja der guckt sich wiederum macht mich gleich war es wirklich wirklich was wirklich 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 sehr feindselig er kann es zumindest man diesmal nicht drauf schieben dass wir die ganze zeit zusammen rumlaufen würde ich nie machen und ich werde voll ja vielleicht könnte man sogar sehen wird eindeutig verfolgt hier ist das eigentlich schon grund genug jemanden abzubauen ja nicht ansonsten würdest du alle 30 ich überraschen alter schützen schleich mich an den ran und dann erschreckt er sich ganz dolle und dann löst sich ein schuss hallo ich weiß genau dass du es bist ich habe dich auch sehr lange beobachtet ja juckt mich doch nicht hat er gesehen dass du hochgekommen bist achso ok playgestalt ja ja ich sehe dich du siehst weh die ich jetzt wahrscheinlich aus der spectator camp ja angst einfach nur die pure angst jetzt 17 sekunden vor schluss erst ja noch 30 sekunden ich weiß nicht auch wenn traiter stirbt ja tot und wo direkt beim turm irgendwo in der nähe ja wo ich war ich war gerade kurz ich war eine sekunde im shop dann kommt er vorbeigerannt ja er saß da unten hier und ich habe die wache weggeschmissen die sekunde bevor du weggekommen bist dafür hast du trotzdem noch geschossen ja weil ich sie dann wieder aufgenommen habe ich habe sie dann wieder aufgepickt und dann habe ich geschossen was ich glaube für schlechte runden abliegen also meine traiter liebe traiter kollegen wenn ich traiter bin ihr lasst mich da gerne mal alleine hängen ja das war ja nicht absichtlicher ja 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 das sagt du sprichst er mit dem phd flopper und dem bull die ganze zeit durch die gegend das war ganz aus versehen ach das war alles kacke und dann seid ihr jedes mal so gerannt dass ich nicht dran gekommen bin ja ja ausreden über ausreden ausreden über ausreden ich muss immer quer über die map laufen damit ich wieder zu einem kommen dann ist hier wieder woanders alter warum sind keine gescheiten waffen hier überall sind für dich eine gescheite waffe warum schießt du da durchs fenster schrotz oder so damit ich hier reinkomme na gut dann gehe ich wieder raus ja ich wollte einfach nicht dass du granaten auf mich wirfst ja 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 auf dich vor allem ja 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 durch die geworfenen granaten schaden bekommen habe ich jetzt schaden bekommen war ja von so durch der flamme von rego nee keine flamme echt länge voll gerade geschmeckt das altert schon wieder im 16 ist doch noch beschissener wird meine schrotze würde ich verkaufen was meine schrotze würde ich verkaufen was deine mindestens shop verkaufen ja ja ich wollte nur mal deine liebliche stimme jetzt habe ich eine waffe der sich arbeiten lässt also nicht frero einfach machen hätte können jetzt ach so da ist gerade gestorben ja das habe ich auch gehört ich habe gar nichts gemacht nur kam es aus der richtung warum und kippen ist auch durch was er denn gestorben 100 pro ja war so klar okay beach die flopper na moin, muss ich wieder alles alleine machen ey, besonders ich war es wirklich nicht das war nicht, Alter, das war Faszinate geplantet in den Nebel unfassbar deswegen, auf einmal habt ihr noch 22 AP voll frech, Alter ist dran? na gut, ich bin dran ich hoffe, es hat euch gefallen die Chaotenrunde mal wieder schaltet doch auch bei GameTeddy und Playgestalt ein und guckt auch bei deren Social Media vorbei da gibt es Nacktbilder, von denen habe ich gehört lasst eine Bewertung da, bis dann ciao, ciao tschüss 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 Vielen Dank.